Wie können wir das Wissen bei Centis den Leuten schnell zur Verfügung stellen und da ist das Thema Enterprise Search aufgekommen. Enterprise Search bedeutet, dass wir in all unseren Systemen gleichzeitig suchen können, dass die Mitarbeiter nicht mehr wissen müssen, wo liegen die Informationen, sondern dass sie übergreifend suchen können und die Informationen finden. Vom Look & Feel fühlt sich das wie eine Google-Suche an. Ich denke auch, dass unser Dokument-Management-System mit all den Facetten, die es ja nun bietet, Workflow, Integration in SAP und Outlook, der ideale Punkt ist, wo wir alles schön zusammenführen können. Man kommt eigentlich an dem D3 nicht mehr vorbei. Beim Kochen brauchen wir ganz speziell dieses System, weil wir mit Outlook arbeiten, mit Excel-Tabellen arbeiten, mit Rezepturen aus dem Qualifax und wir brauchen halt Verknüpfungen auch zu DMS. Das ist sehr vereinfacht. Man hat einen Überblick am Monitor. Man gibt was ein und man findet es direkt. Die Zusammenarbeit war nicht nur gut, die hat auch tatsächlich wirklich Spaß gemacht. Also es ist wirklich eine Partnerschaft auf lange Sicht gesehen. Wood accusations. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020